möchtest du diesmal sagen und hab letztes mal war ja gar keine ansage dann wir ohne genauer und alles klar sagt aber dann auf die plätze fertig dann ich sage eigentlich ist egal schneidest das sowieso rein egal was ich sage also schick das knie du hast du hast ihn herzlich okay das übrigens auch meins so okay hallo und herzlich willkommen zu herzlich willkommen zu einer neuen aufnahmesession von skylanders ja jetzt mit mehr motivation und mehr spannung und mehr elan und mehr explosion wir hatten leider eine kleine pause von zwei tagen das muss man leider so sagen ich möchte erst morgen fertig ich mach's nicht das kommt auf jeden fall heute noch raus ja kurz kurz vor kranten am besten so 23 und 59 genau wie immer und eine sekunde damit man noch wenigstens zeit hat sie mit youtube auf jeden fall es tut mir leid für diese verzeigerung ich entschuldige ich vielmals ich hatte leider etwas mehr zu tun letzter zeit mit uni und so im käse ausreden als privat leben und so drauf geschissen braucht ihr kein schweiß kommt nie wieder vor man muss dazu sagen wir haben auch inzwischen ein paar einzelne let's plays wo wir alleine unterwegs sind auch die auch gepflegt werden ich habe ich habe eins ich habe drei ich mache werbung nach werbung es geht darum einen typen der macht ein bisschen wurscht wurscht macht ein bisschen spring springen und dann macht der meuchel meuchel und dann macht der tod tod kleiner hinweis hoffentlich nicht du kleiner hinweis ist bestimmt keine assassine und er ist bestimmt auch nicht greedy sehr offensichtlich ja also ja ich kaufe ich habe ein bisschen vor mir hin keine ahnung was nämlich abriss troll entwickelt eine dynamit und zeitbomben angriffe weiter und entwickle deinen schmetter angriff weiter ja definitiv bomben ich komme aus kuscheln kommst du kuscheln ja ich hab ja auch vermisst den ganzen tag über meine freunde ich bin ein richtiger k und wir machen inzwischen auch schon die lol let's place machen wir zusammen stimmen wir haben so viel zeitgleich wir haben es voll übertrieben und das sei denn dass du warst im urlaub ich habe eine session nachgeschafft genau urlaub urlaub wie schon gesagt scheiß privat ja scheiß privat leben warum erlaubst du dir sowas überhaupt keine ahnung am besten der morgens aufstehen let's place aufnehmen wieder schlafen gehen boah ich will das dicke ding haben also jetzt mal ohne wird das wäre ich geil das leben aufsteht hochladen muss aber noch hochladen aber das geht auch nur gut mit der dicken leitung so ich habe ich habe jetzt hier dicke bündel ja wir müssen trotzdem das richtige dicke dinge guck du kannst du nicht unendlich aber bald das sieht so geil aus hier okay so auf jeden fall wie immer müssen wir noch hier irgendwas tun ja irgendwas einfach mal rein hau weg wir gucken jetzt einfach was wir brauchen aber kapitel 14 wir haben 60 prozent 60 60 60 und das nach erst über fünf millionen spielstunden moment wir gucken jetzt direkt hier am anfang nein es war ein geisterländer ich weiß noch wo hast du schon geguckt nein ich habe die letztes mal schon gesagt scheiße haben wir es vergessen was willst du denn also irgendwie hängt boomer immer kann ich ja hochschmeißen kann ich was geht mal den stopp stopp also in time run kriegen wir so nicht hin nein ich wirklich kaum brauchen wir auch nicht oder doch ich will den um den anderen schaffen ja dann sollten wir die charaktere wechseln nein ich hoffe auch so ich habe drücke voll und da ist eine kleine erhebung und boomers zu fett ich glaube ich habe von hinten angegriffen wir möchten man aufschlagen eigentlich könnte ich doch ach so momenten von vorne und ich ja oder so ich nehme den schlüssel also du meinst im geister level was ja ich meine auf jeden fall dass wir im geisterländer was vergessen haben werden wir es nicht sehen also ich glaube noch sehr beliebt ich habe den schlüssel reingeschoben und das machst du fein ja ja dieser zone sind sky länder des neuer elements ja ich meine wir uns im geisterländer wahrscheinlich habe jeder sowas völlig offensichtliches vergessen da wette ich hatte die gerade auch eine rakete vorbei au 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 alter da sind noch welche der schlüssel schlüssel losgeleckt tot 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 in der box wo die aufschlagattacke ist aber jetzt eigentlich hin wenn wir ein bisschen leben holen was sollen wir brauchst du nicht auf leben scheiß leben schwein penis verdammt oder auch nicht ich wollte sagen also irgendwie system ja wenn ich darf ich darf auch noch so und weg neues lauflauf ich finde es faszinierend dass happy trigger auch im rennen genauso ballern kann wie im stehen stehen warum faszinierend ich weiß nicht ich wollte ich wollte was ganz anderes sagen der output sollte eigentlich ein ganz anderer sein eigentlich soll es so gemeint sein dass der laufstil sich nicht verändert wenn happy trigger seine beiden susi und strolz zum abschießen bringt ja er ist halt ein pistoler doch ich dachte gerade ich geworfen müssen schon wieder so scheiß rätsel machen da hätte ich so was man gern brauchen schön dass beide gegen die band laufen nein nur du nur ich ja aber wir brauchen jetzt noch so eine bombe wo war denn dieses geistern wo ist eine zweite schlüssel ja das frage ich mich gerade auch wahrscheinlich werden wir hier einfach nur die eine richtung laufen willkommen bei let's fail skylanders ich hatte schon wieder zurecht obwohl diesmal müssen wir die kommst du ich bin einfach irgendwie nicht motiviert jetzt zu geist zu wechseln ghost roaster der mit dem schwanz schlägte schlug schlägt der mit dem schwanz schlugte der mit dem schwanz schlugte einste element schlugte hier war hier war doch das mit dieser scheißbombe ne ja genau und jetzt hier wird sich hundertmal das der lieblingslevel ich weiß naja mein lieblingslevel war das mit den ganzen rätseln da hinter ist der schatz dahinter ist der schatz ja okay ich sehe ihn doch jetzt schon und hier um ist die bombe genau so einer macht du machst warte 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 ich hin fest wir müssen es ist hier links nächste warte ja wahrscheinlich so eine kleine punkt ich warte jetzt einfach mal hier schickt mir das besser drüber ich schlage meinem schwanz ich bin ich hier von der wand weg noch du mal jetzt nein drücken zu mir ja die richtung stimmt schon mal dass ich dass wir uns angefangen haben gegenseitig zu hassen ja wir müssen Klopp drücken ach so mehr wir müssen Klopp drücken aus dem hier wurde A Klopp oder das dafür zuständig ja aber ich ist dafür zuständig hier hier nö bis nix eh ok wegschieben geht auch nicht äh wir kommen hier nicht mehr auch ach doch ich erinnere mich an irgendwas warte hier ja genau da irgendwie in die richtung doch auch nicht was in die richtung hier da rein muss ein knopf sein wo ist der knopf da ist kein knopf davon ist ein knopf da ist kein knopf gehen die steine runter wir haben das rätsel schon mal gelöst ja ich weiß das klappt ja aber der ist für die mittleren dinge hier ist egal drücken habe ich die bombe muss hier drauf und dann hier rüber und dann so und dann hier und dann da ja und hier müsste knapp sein ist da oben knapp nein auch hier ist kein knopf aber 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 mit gewalt durch glitschen ich glaube es jetzt mal per glück gelöst aber ich rolle die bombe mal hier wohin ok mach du das haben wir keine super bombe kann aber das ist der schatz du hast verdammt noch mal recht ich weiß kommen wir ich meine die bombe hat nicht viel möglichkeiten wer vor zwei steht jetzt auf dem klick alter ich habe ich aber nicht gesehen den kommentaren da ist er klappt da ist er klappt was macht ihr denn da für eine scheiße inkompetente stecken damit so ok jetzt muss einer bekommen hoch komm hier hoch ja komm hier hoch ich drücke was machst du dazu hölle komm her ich wollte den knopf wiegst du deinen arsch immer hin ich bin schon unterwegs du rennt klar ich sag doch der ist manchmal ein bisschen langsam so nicht zu schnell ok versuch nummer zwei die richtigen stimmte also das ist nicht mehr berührt ja das meine ich ja es ist ja epileptisch lass mich das mal machen ich mit meinem riesen wichselfinger bitte falle nicht runter bitte bitte falle nicht runter nein 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 tu mir sowas nicht an alter geh weg ich bin level 1 ich habe vorrang geh raus hier moment mal bist stell dich mal bitte da drauf da drauf stehen bleiben bitte bitte darauf stehen bleiben danke und weiter ich verarsche versuche durch den ding das hat mehr das ist also okay da war das unsere feste idee aber ich bin mir schon einheitlich da reingelaufen also kannst du mich durch glitschen andere richtung genau jetzt haben wir die kiste aber noch kein speedrun haben wir damit dann alles sollte das was zu essen alter wechselst du noch oder soll ich wechseln wohin wirst du wechseln da für die trigger ach so ja also dachte ich mir sollte ich jetzt wirklich wechseln und er sind skylander des feuer elements aber das schon gemacht haben ja haben wir wenn ich jetzt alles gut okay wir brauchen noch dieses scheißschlüssel scheißschlüssel aber wir müssen wir nehmen wir den so stecken wir das schlüssel schon in der schlüssel so macht es wo schon da kommen und wäre rein und der captain knoppers ach genau ist du bist happy trigger ich laufe das ist die eine einzige neben der anderen gespinste element stärker ich bin wieder nur happy ich bin wieder echt beschissen also dass ich ja schon kein bock mehr die trolle betreiben das ding bestimmt man kann irgendwie es gibt so sollen wir die bombe holen ja schmeißen ja da also ich glaube die version mit der bombe ist aber wieso sind wir schneller vor allem am arsch immer in den arsch gut immer in den arsch gute gute ich habe den troll oben aussehen getötet es tat mir leid das war's wow okay doch das geht relativ schnell wow ja nur der speedrun geschafft unter 4 minuten oh liu miu okay speedrun speedrun jetzt haben wir die eine kiste die sebe ja schon letztes mal angesagt hat kiste das ist das geilste dann einmal wechseln auf speed charaktere bla 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 ich finde schön seine stimme mal hören zu dürfen teraphin teraphin mit dem kann man ihm ist ja nehmen wir das jetzt einfach mal so hin so wie geht es was keiner 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 Vielen Dank.